Ich war in der Woche gewesen, mir in den Stab geschnitten. Habe ihn natürlich gelassen, mit einem schönen Griff, der gut in der Hand liegt. Ich mache von 8, die Kreativität er macht. Ich mache von 8, das Bild gut ausgewählt als Kondrast zu dem Stab. Mit vielen bunten Farben. Fabian Leib hat bereits ein neues Werk geschaffen. Ich mache von 8.